Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dich für unser Steuerberater-Crash-Kurs-Video interessierst. Mein Name ist Christoph Fritz, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater im Umsatzsteuer-Team von RSM Ebner Stolz. Mit der bestandenen schriftlichen Prüfung hast du ja schon einen großen Schritt hin zum erfolgreichen Steuerberater-Examen getan. Damit auch die mündliche Prüfung ähnlich erfolgreich verläuft, haben wir das nachfolgende Video mit aktuellen Themen aus der Umsatzsteuer für dich vorbereitet. Wenn du zu den angesprochenen Themen oder zur mündlichen Steuerberaterprüfung noch Fragen haben solltest, sprich mich gerne an. Meine Kontaktdaten findest du am Ende des Videos. In diesem Video schauen wir uns an, was es im Bereich der Organschaft, bei den Reingeschäften und zu den Photovoltaikanlagen Neues gibt. Zunächst zur umsatzsteuerlichen Organschaft. Die Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organschaft sollten dir aus der Vorbereitung zur schriftlichen Prüfung ja noch bekannt sein. Hier ist umsatzsteuerlich erforderlich, dass eine finanzielle, organisatorische und wirtschaftliche Eingliederung der Organgesellschaft in das Unternehmen des Organträgers vorliegt. Zu den Details werde ich jetzt nicht weiter ausführen, lies die gerne aber nochmal nach in Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Die Rechtsfolgen ist, dass der gesamte Organkreis als ein Unternehmen behandelt wird. Der Organträger ist hierbei der Unternehmer und Steuerschuldner für das gesamte Unternehmen. Die Organgesellschaft ist lediglich unselbstständiger Teil des Unternehmens des Organträgers. Die Umsätze zwischen Organträger und den Organgesellschaften bzw. zwischen den Organgesellschaften untereinander sind nach aktuell herrschender Meinung nicht steuerbar. Welche Zweifel daran in jüngster Vergangenheit aufgetreten sind, dazu gleich mehr. Auch wenn die Organgesellschaften nicht Steuerschuldner sind, kann es in bestimmten Konstellationen zu einer Haftung für Umsatzsteuerschulden kommen, insbesondere ist hier der § 73 AO zu nennen. Ich schaue auch da gerne einmal ins Gesetz. Und für den Innenausgleich zwischen den Gesellschaften des Organkreises gelten dann die allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen. Die deutschen Regelungen zur Organschaft beschäftigen regelmäßig und fortwährend die Gerichte, sei es den BfH oder in besonderem Ausmaß auch den EuGH, da regelmäßig Fragen des Gemeinschaftsrechts betroffen sind. In der Vergangenheit waren hier besonders im Fokus die zwei ganz links aufgeführten Verfahren C 141 aus 20 und C 269 aus 20. Hier ging es darum, ob die deutschen Organschaftsregelungen überhaupt grundsätzlich mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Das hat der EuGH bestätigt in seinen Entscheidungen aus dem letzten Jahr. Hier haben wir jetzt die Nachfolgeentscheidungen der beiden vorliegenden BfH-Senate, einmal dem 11. und dem 5. Senat, bekommen in 2023. Der 11. Senat, hat hier abschließend entschieden seinen vorgelegten Fall im Sinne des EuGH. Hier ist bemerkenswert, dass auch bei einer Beteiligung von nur 50 Prozent der Stimmrechte eine finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft vorliegen kann. Wie du weißt, erfordert nach bisheriger Ansicht die finanzielle Eingliederung eine Stimmrechtsmehrheit, die man bei 50 Prozent ja gerade nicht hat. Im entschiedenen Fall traten aber zu diesen 50 Prozent der Stimmrechte noch zahlreiche weitere Regelungen hinzu, die es dem Organträger eben ermöglichten, seinen Willen auf Ebene der Organgesellschaft durchzusetzen. Der 5. Senat hat, anders als der 11. Senat, nicht abschließend entschieden seinen Fall, sondern erneut an den EuGH vorgelegt. Der 5. Senat äußert in Anlehnung an Ausführung der Generalanwältin im Ursprungsverfahren vor dem EuGH zweifelt daran, ob die bisherige Ansicht, dass Innenumsätze zwischen den Mitgliedern des Organkreises nicht steuerbar sind, ob das zukünftig noch gelten kann. Alternativ würde man, wie wir gleich auf der nächsten Folie sehen werden, von einer Steuerbarkeit der Umsätze ausgehen und nur auf Ebene der Erklärung die Umsätze zusammenfassen. Das sind die zwei konkurrierenden Vorstellungen zum Thema Organschaft und Innenumsätze. Links die aktuell herrschende Meinung, auch die Verwaltungsauffassung. Man sieht, der Organkreis ist der Unternehmer. Die Mitglieder des Organkreises sind unselbstständig bzw. die Organgesellschaften sind eben Teil des Unternehmens des Organträgers. Die Umsätze zwischen den Mitgliedern sind umsatzsteuerlich nicht relevant. Das sind nicht steuerbare Innenumsätze. Und die vom fünften Senat vorgestellte Auffassung rechts würde eher eine Erklärungsgemeinschaft widerspiegeln. Wir haben hier selbstständige Unternehmen, den Organträger und die Organgesellschaften, die steuerbare Umsätze auch miteinander ausführen. Und lediglich bei der Aufgabe der Erklärung werden quasi die Umsätze addiert und gesammelt erklärt. Warum macht das einen Unterschied? Unter anderem kann das bei der Vorsteuerabzugsberechtigung und dem Umfang des Vorsteuerabzugs eine Rolle spielen. Wenn eine Organgesellschaft jetzt nicht steuerpflichtige, also steuerfreie Umsätze ausführt an andere Mitglieder des Organkreises, wäre das in der aktuell herrschenden Ansicht unerheblich für den Vorsteuerabzug des Organkreises, weil sich das im nicht steuerbaren Innenbereich abspielt und man für die Quote der Vorsteueraufteilung nur auf das Verhältnis zu Unternehmen außerhalb des Organkreises abstellt. Beim Modell der Erklärungsgemeinschaft würde der Vorsteuerabzug der betroffenen Organgesellschaft gemindert in dem Umfang, in dem sie vorsteuerschädliche Ausgangsumsätze ausführt und das wirkt sich dann bei der Addition natürlich auch auf den Gesamtbetrag der Abzugsfähigen Vorsteuerbeträge im Organkreis aus. Also in dem Bereich macht es durchaus einen Unterschied und hier ist abzuwarten, wie der EuGH die Vorlagefrage des BfH beantworten wird. Das Thema Organschaft also auf jeden Fall im Fokus auch schon seit Jahren. Nach unserer Einschätzung einmal fürs Prüfungsgespräch relevant, wenn man verschiedene Themen rund um Leistungen, Steuerfreiheit, Steuerpflicht, Vorsteuerabzug und Unternehmereigenschaften natürlich abfragen kann im Prüfungsgespräch, aber auch als Thema für einen Kurzvortrag durchaus denkbar, entweder rein umsatzsteuerlich oder im Vergleich mit anderen Steuerarten. Neben den grundsätzlichen Fragen zur Organschaft jetzt noch ein paar Einzelfälle, die die Rechtsprechung beschäftigt haben zur Abrundung und als Gelegenheit nochmal in die einzelnen Tatbestandsmerkmale tiefer einzusteigen. In dem Urteil hier vom 1. Februar 2022 war Kern der Frage, wann liegt eine wirtschaftliche Eingliederung vor? Hier hat der BfH nochmal klargestellt, dass eben mehr als nur unerhebliche Beziehungen erforderlich sind. Nicht ausreichend sind eben rein administrative Leistungen, auch wenn sie im Bereich der Buchhaltung des Personalwesens, der Lohn- und Gehaltsabrechnung, der Steuerberatung betreffen. Ausreichend dagegen ist immer die Vermietung von wesentlichen Betriebsgrundlagen. Der BfH hat auch nochmal betont, dass die wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Schwestergesellschaften alleine keine Organschaft begründen kann. Im vorliegenden Fall waren eben ganz gewöhnliche Büroräume vermietet worden durch den Z den mutmaßlichen Organträger. Das hat nicht ausgereicht, weil es austauschbare Büroräume waren, die hätten von jedem angemietet werden können. Die Eingliederung über die Geschäftsführungstätigkeit ist zwar grundsätzlich möglich, im vorliegenden Fall erfolgte die aber über ein Anstellungsverhältnis aus dem nicht unternehmerischen Bereich des Z, sodass auch hier die Eingliederung nicht gelungen ist. Das sind die Punkte, die hier in der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Also gerade der Katalog der Leistungen, die für eine wirtschaftliche Eingliederung nicht ausreichend sind, das schadet nicht, wenn man die auf dem Kasten hat, auch für die mündliche Prüfung. Dann haben wir einen Fall zur Beendigung der umsatzsteuerlichen Organschaft in der Insolvenz. Da hat sich die UFD Frankfurt aktuell neu zugeäußert. Ein Auflösungsbeschluss hat keinen Einfluss auf die Organschaft, auch die Vermögenslosigkeit nicht. Liquidation, der Gesellschaft, damit entfällt ja die Gesellschaft, führt zur Beendigung der Organschaft, genauso wie die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ja grundsätzlich die Organschaft entfallen lässt. Und dann, wir fahre vom 11. Mai 2023 auch nochmal ein Organschaftsfall. Im Detail werde ich hier jetzt nicht darauf eingehen, was hier anzumerken ist. Insbesondere, dass bei der Prüfung von Organschaftsstrukturen nicht immer auf Ebene des mutmaßlichen Organträgers aufgehört werden sollte mit der Prüfung, sondern es sollte immer auch geschaut werden, ob der Gesellschafter des mutmaßlichen Organträgers nicht vielleicht auch in den Organkreis einbezogen werden muss, aufgrund des vorliegenden Tatbestandsmerkmale und dann der eigentliche Organträger ist. Schauen wir uns jetzt die Reihengeschäfte an. Auch hier hat sich Jahr 2023 ein bisschen was getan. Deswegen ist auch das Thema im Fokus und natürlich auch ein Klassiker in der Umsatzsteuer und bietet sich für das Prüfungsgespräch auf jeden Fall an. Einmal die Voraussetzungen des Reihengeschäfts, die sind ja sicher geläufig. Wir brauchen mehrere Unternehmer, die ein Liefergeschäft über denselben Gegenstand abschließen und der wahren Weg ist direkt vom ersten Lieferant an den letzten Abnehmer. Nach der deutschen Regelung kann der letzte Abnehmer auch ein Privatkunde sein. Das ist in anderen EU-Staaten anders. Österreich zum Beispiel lässt das Reihengeschäft nur zwischen Unternehmern zu. Aber in Deutschland geht das auch, wenn wir zwei Unternehmer haben und einen Privatkunden am Ende. Was die spannende Frage beim Reihengeschäft, gerade wenn es über die Grenze geht, wo ist die bewegte Lieferung? Denn wie du weißt, nur die bewegte Lieferung kann Gegenstand einer Steuerbefreiung als Ausfuhr oder innergemeinschaftliche Lieferung sein. Die Faustregel hier, wenn der erste bewegt, ist die erste bewegt. Wenn der letzte bewegt, ist die letzte Lieferung bewegt. Spannende Fälle sind die, bei denen der Zwischenhändler, hier der U2, bewegen. Dann kommt es drauf an. Die Vermutungsregelung des § 3 Absatz 6a sagt, es wird vermutet, dass die Lieferung an den Zwischenhändler, die bewegt die Lieferung, ist außer er kann diese Vermutung widerlegen. Wie er das macht, schauen wir uns in den folgenden Folien an. Die Reihengeschäfte wurden ja mit den Quick-Fixes 2020 schon nachreformiert. Das BMF hat sich jetzt aber dieses Jahr nochmal in einem umfangreichen Schreiben dazu geäußert. Deswegen ist das Thema auch wieder ein bisschen in den Fokus gerückt, was es für das Prüfungsgespräch natürlich noch interessanter macht, als es ohnehin schon wäre. Besonders hat sich das BMF zu zahlreichen Zweifelsfragen und Anwendungsproblemen geäußert, die uns seit der Einführung der Quick-Fixes in der Praxis beschäftigt haben. Wie gehen wir jetzt vor bei einer Prüfung vom Reihengeschäft? Erste Frage ist immer, wer trägt die Transportverantwortung? Das ist tatsächlich ein unabhängiger Prüfungsschritt von der Frage, welche US-IDs werden verwendet. Das kommt auch in der Praxis vor, dass man dann diesen Prüfungsschritt geht. Denn gerade haben wir ja gesehen, wenn U1 oder A2 die Transportverantwortung tragen, dann kommt es auf die verwendeten US-IDs gar nicht mehr an für die Zuordnung der bewegten Lieferung. Und nach dem BMF-Schreiben ist maßgeblich für die Zurechnung der Transportverantwortung die zivilrechtliche Auftragserteilung. Es gibt ein paar Ausnahmen davon, die sind aber so im Detail. Da kannst du ja mal in den Anwendungserlass an den zitierten Stellen reinschauen. Wichtig zu bemerken ist, dass die Inco-Terms keine Rolle mehr spielen im Regelfall. Wenn der Zwischenhändler die Transportverantwortung prägt, dann ist darauf abzustellen, welche US-ID er für seine Lieferung verwendet. Er muss gegenüber dem U1 die US-ID des Abgangslandes verwenden, wenn er die Vermutungsregelung widerlegen möchte. Das gilt auch in dem hier dargestellten Fall, in dem U1 und U2 in Deutschland ansässig sind. Er möchte U2 die Vermutungsregelung widerlegen, muss er also aktiv seine US-ID-Nummer, seine deutsche US-ID-Nummer gegenüber U1 verwenden. Nur dann erfolgt die Zuordnung der Warenbewegung bei der zweiten Lieferung und er hat die Möglichkeit, eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung an A2 auszuführen und eine Registrierungspflicht in Österreich zu vermeiden. Tut er das nicht oder tritt er gar mit einer erteilten österreichischen Post-ID auf, dann bleibt es bei der Vermutungsregelung U1 hat dann die bewegte Lieferung nach Österreich, U2 ein IG-Erwerb in Österreich und dann eine steuerpflichtige Lieferung in Österreich an den Kunden A2. Wie macht man das mit der aktiven Verwendung in der Praxis? Da sehen wir gleich noch ein paar Hinweise. Es gibt aber grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass man seinen Lieferanten gegenüber eine Erklärung abgibt, dass man die, in dem Fall deutsche Umsatzsteueridentifikationsnummer für alle zukünftigen Lieferungen verwenden möchte, dann muss man nicht mehr bei jeder einzelnen Lieferung die U3 angeben. Das BMR-Schreiben enthält, zu viel noch dazu, eine wohlwollende Nicht-Beanständungsregelung für alle Fälle vor Veröffentlichung. Die Veröffentlichung war am 17. Mai. Da kann man bei abweichender Zuordnung von Korrekturen absehen. Wie führt der Zwischenhändler den Nachweis nach § 3 Absatz 6a? Er muss die U3 des Mitgliedstaates Beginns der Beförderung verwenden. Das hatten wir gerade schon gehört. Die Verwendung muss bis zum Beginn der Beförderung passieren. Ein nachträgliches Verwenden ist nach dem BMR-Schreiben nicht mehr. Tun es nach der deutschen Regelung auch positives Tun erforderlich und nachträgliche Änderungen bleiben eben ohne Auswirkungen. In der Praxis ist immer wichtig, dass auf eine hinreichende Dokumentation geachtet wird. Häufiger Praxisfall ist auch, dass die U3 nur auf den Rechnungen aufgedruckt ist. Das reicht auch nicht aus. Hier nochmal die Übersicht. Wer bei reingeschifften, was nachweisen muss, der erste Unternehmer, das betrifft nicht die Transportveranlassung oder die Zuordnung der bewegten Lieferung. Wenn der erste Unternehmer die Transportveranlassung hat, dann muss er nur die Nachweise für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung führen. Natürlich immer in dem Fall, dass die Ware am Ende irgendwo über die EU-Grenze geht. Der Zwischenhändler führt die Nachweise, die wir gerade schon besprochen haben, je nachdem, ob er die Warenbewegung seiner Ausgangslieferung zuordnen möchte oder nicht. Und der letzte Abnehmer, der teilt seine U3D-Nummer seinem Lieferanten, also dem Zwischenhändler mit. Ergänzen hier noch ein paar Hinweise zum innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft. Das Dreiecksgeschäft ist ja ein Sonderfall des Reihengeschäftes, in dem drei Unternehmer, hier geht die Regelung tatsächlich nur mit Unternehmern, auch wieder Liefergeschäfte über denselben Gegenstand abschließen und die Ware vom ersten zum letzten Unternehmer geliefert wird. Besonderheit beim Dreiecksgeschäft ist, dass alle beteiligten Unternehmer in verschiedenen Mitgliedstaaten für umsatzsteuerliche Zwecke registriert sind. Wenn die Regelungen zur Anwendung kommen, dann helfen sie dem mittleren Unternehmer, Registrierungspflichten im Bestimmungsland zu vermeiden. Hier kannst du dir die Voraussetzungen nochmal anschauen, dass du die im Hinterkopf hast, falls das Gespräch darauf kommen sollte. Es gibt ein EuGH-Urteil vom Ende 2022, dass das Dreiecksgeschäft nochmal so ein bisschen in den Fokus gerückt hat. Deswegen ist es hier aufgeführt, da der EuGH entschieden, dass für die Anwendung der Vereinfachungsregelung des Dreiecksgeschäfts erforderlich ist, dass auf der Ausgangsrechnung des mittleren Unternehmers zwei Hinweise enthalten sind. Einmal darauf, dass es sich um ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft handelt und darauf, dass die Steuerschuld für die zweite Lieferung auf den letzten Abnehmer übergeht. Jetzt siehst du mal so eine Musterrechnung auch mit den zwei Hinweisen. Wenn die Rechnungen nicht richtig sind, dann kommt das Dreiecksgeschäft nicht zur Anwendung. Abschließend in diesem Video wollen wir nochmal auf die EV-Anlagen schauen. Zum 01.01.2023 hat der Gesetzgeber ein Maßnahmenpaket verabschiedet oder in Kraft gesetzt, um Photovoltaikanlagen zu fördern in der Umsatzsteuer, insbesondere dadurch, dass ein Null-Steuersatz eingeführt wurde zum ersten Mal auf die Lieferung, den IG-Erwerb, die Einfuhr oder die Installation von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und wesentlichen Komponenten vier für. Warum hat man einen Null-Steuersatz eingeführt und keine Steuerbefreiung? Das hängt mit dem Vorsteuerabzug zusammen. Wie du weißt, ist der Vorsteuerabzug für steuerfreie Ausgangsumsätze grundsätzlich ausgeschlossen. Wenn die Ausgangsumsätze aber mit 0% besteuert werden, sind sie nicht steuerfreie und der leistende Unternehmer behält seinen Vorsteuerabzug. Das ist der Hintergrund. Die folgenden Folien stellen die Regelungen nochmal ein bisschen im Detail dar. Da werde ich nicht im Detail drauf eingehen. Schaut ihr die gerne im Selbststudium an oder liest unseren Newsletter. Dazu nur so viel. Es gibt mehrere Voraussetzungen für die Anwendung. Einmal bei dem Ort, an dem die Photovoltaikanlagen installiert werden. Es muss ein begünstigter Ort sein. Und dann müssen die Leistungen auch an den Betreiber der Anlage erfolgen. Das sind die Personen, die im Marktstammdatenregister registrierungspflichtig sind. Ob sie da tatsächlich eingetragen sind, ist hingegen wieder unerheblich. Was den Umfang der Lieferungen eingeht, ist darauf hinzuweisen, dass solche Anlagen ja gerne im Gesamtkonzept einer energetischen Sanierung geliefert werden und zur PV-Anlage oft auch eine Wärmepumpe zusätzlich installiert wird. Stromverbraucher, wie eben diese Wärmepumpe, sind aber nach der Regelung nicht begünstigt. Das sind tatsächlich nur die Photovoltaikanlage, die Speicher und die zugehörigen Komponenten begünstigt. Auch begünstigt sind Leistungen im Zusammenhang mit der Lieferung der Anlagen, insbesondere die Installation natürlich. Jetzt ist so ein Überblick über die Auswirkung der Neuregelungen, aufgeteilt auch nach Altanlagen und Neuanlagen. Auf Altanlagen hatte die Neuregelung keine Auswirkung. Es gab keine Übergangsregelung. Deswegen sind Altanlagen dem Regelsteuersatz zu unterwerfen. Bei Photovoltaikanlagen sind wir zu Bin ich in der Regelbesteuerung, habe den Vorsteuerabzug, wenn ich Unternehmer bin oder optiere ich zur Kleinunternehmerregelung, was aufgrund der Höhe der Umsätze oft möglich ist, dann habe ich keinen Vorsteuerabzug und entsprechend unterscheidet sich dann die Behandlung der Ausgangsumsätze und auch des Eigenverbrauchs des erzeugten Stroms. Deswegen ist das Photovoltaik-Thema für das Prüfungsgespräch ganz interessant. Auch hier kann man wieder Fragen zum Vorsteuerabzug, zur Unternehmereigenschaft, zur Kleinunternehmerregelung an einem Thema abarbeiten. Aus unserer Sicht ganz attraktiv für den Prüfer, wenn er darauf einsteigen möchte. Eine Praxisfrage, was mache ich bei bestehenden Anlagen, wenn ich die ins Privatvermögen entnehmen möchte? Das ist ja möglich, wenn sie zu mehr als 90 Prozent privat genutzt werden. Teilentnahmen sind, wie du weißt, nicht möglich. Die Entnahme unterliegt auch dem Nullsteuersatz, wenn sie jetzt erfolgt. Man muss nur auf die Reihenfolge aufpassen, wenn man anschließend dann auch zur Kleinunternehmerregelung wechseln möchte, weil der Wechsel zur Kleinunternehmerregelung grundsätzlich den § 15a, die Vorsteuerberichtigung, auslöst. Deswegen ist es entscheidend, dass man zuerst zum Nullsteuersatz entnimmt und dann zur Kleinunternehmerregelung wechselt. Dann hat man nämlich den Nullsteuersatz auf die Entnahme und kein 15a. Das ist hier der Trick. Könnte so eine Praxisfrage sein im Rahmen des Prüfungsgesprächs. Hier noch ein WFH-Urteil, das uns vorliegt im Dunstkreis Photovoltaikanlagen. Der Fall war so, dass ein Hausbesitzer, der unternehmerisch die Photovoltaikanlage betrieben hat, sein Dach von seinem Privathaus hat reparieren lassen. Da waren Schäden dran, die ausschließlich mit der Photovoltaikanlage im Zusammenhang standen. Und die Frage war, kann er die Dachreparatur an seinem Privathaus die Vorsteuerbeträge gelten machen? Der BVH hat entschieden, dass es geht, wenn die Schäden eben durch die unternehmerische Tätigkeit, also dem Betrieb der Photovoltaikanlage bedingt sind. Wo wir gerade bei Photovoltaikanlagen sind, Bereichen erneuerbare Energien, noch einige Entscheidungen im Bereich Holzhackschnitzel und Laden von Elektrofahrzeugen. Holzhackschnitzel hat der BVH entgegen der Landsamtsauffassung entschieden, dass der verminderte Steuersatz Anwendung findet, auch wenn im Katalog der Anlage zum § 12 die Hackschnitzel selber nicht genannt sind. Und beim Bereich Laden von Elektrofahrzeugen hat der EuGH entschieden, dass das Aufladen von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladestationen eine insgesamt komplexe einheitliche Leistung darstellt und die Lieferung von Strom hier dem Ganzen das Gepräge gibt. Dann sind wir hier mit dem Video auch am Ende einige abschließende Anmerkungen. Für das mündliche Prüfungsgespräch sind ja aktuelle Entscheidungen immer ganz interessant. Hier solltest du auf jeden Fall bis zum Tag der mündlichen Prüfung gerne natürlich darüber hinaus auf dem Laufenden bleiben. Empfehlenswerte Quellen sind hier natürlich der BMF Newsletter. Da bleibst du auf dem Laufenden, was auf Seiten der Verwaltung vor sich geht. Gerade wenn neue BMF-Schreiben rauskommen, kriegst du es da direkt mitgeteilt. RSM-Ebener stolz. Wir stellen natürlich auch umfangreiche Informationen zu aktuellen steuerlichen Themen bereit. Auf unserer Internetseite melde ich gerne für unsere Newsletter an. Wir haben auch einen speziell auf die Umsatzsteuer fokussierten Newsletter. Und was im Bereich der Umsatzsteuer auch verbreitet gelesen wird, ist der Newsletter von KMLZ, einer auf Umsatzsteuer spezialisierten Kanzlei. Da halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass der Prüfer sich durch ein Newsletter, der kurz vor dem Prüfungsgespräch erscheint, zu Themen inspirieren lässt. Es schadet auf jeden Fall nicht, da einen Blick reinzuwerfen. Falls noch Fragen offen geblieben sind zu den angesprochenen Themen, kannst du mich gerne ansprechen. Schreib mir einfach eine E-Mail, dann klären wir das. Und dann wünsche ich dir persönlich, aber natürlich auch im Namen vom ganzen Webner Stolz-Team viel Erfolg bei der Prüfung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020